Hallo und Willkommen zurück. Einmal nach dem Bedürfnis zu gucken. Einmal gucken, ob es neue Gorilla gibt. Haben wir ein Gorilla? Wir haben ein Gorilla-Weibchen. Können wir noch mal einen einkaufen? Ein Gorilla-Weibchen einkaufen. Oh, hier. Eishandt gewonnen. Haha. Bonobos gibt es auch. Aber wir müssten mehr Tiere loswerden. Wir müssten mehr Tiere dann loswerden. Einmal kurz gucken. Bildung. Sau heiß hier. Wir könnten jetzt noch beheizen. Äh, beheizen. Etwas klimatisieren. Okay, wir gucken jetzt noch mal über die Tiere rüber. Da müssen ja eh noch was loswerden. Wir sind schon im fortgeschrittenen Alter. Kann ich euch? Freilassen. Sieben. Drosser müsste ich jetzt noch vermehren. Katas. Das dauert noch ein bisschen. Mann, Drill. Du bist sehr jung. Ich müsste nicht loswerden. Okay. Ähm. Ich müsste mal loswerden. Wie kommen wir das so hin? Jo, freilassen. Wir haben hier schon eine ganze Ecke losgeworden. Okay. Oh. Wo bist du? Muss gucken. Ich muss gucken. Da bist du. Oh. Uff. Wir sind voll fix. Oh. Was leben ja nicht die Tiere. Kommen wir hier mit 25 Grad klar? Okay. Kommst du mit 25 Grad klar? Balken. Was bist du denn? Oh. Wir haben drinnen. Nö. Hier haben wir. Ja. 25 Grad. Wari. Wir müssen ja nur die Gehwege ein bisschen haben, ne? Roter Wari. Schweißer Wari. Schwarzweißer Wari. Die hat. Die hat. Die hat. Die hat. Die ist gestresst. Ja. Weil. Die hat. Wollt erst lesen. Tier ist gefressen. Oh Gott. Ja. Das geht auch. Wir können jetzt einfach auch mal eine Klimaanlage installieren. Ähm. Wir gehen jetzt mal runter auf so 20 Grad. Im Bereich. Weil es ist so ein Weg. 5 Meter? Boah, da muss es ja... Was sagen wir? 5 Meter. Dann kommen wir an sich ja ganz gut dabei weg. Äh, Kniepchen. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Gehen wir mal ein Stück hoch. Ich fange jetzt auch schon an die Gehwege zu klimatisieren. Ich werde wahnsinnig. Ich muss aber immer mal wieder ein bisschen ein Auge rauf hauen. Ob wir die passenden Tiere wieder finden. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das wird jetzt echt eine Mammutaufgabe hier, ne? So eine kleine Sisyphusaufgabe. Alles für die Besucher. Wie weit wir kommen. Ja, die sagen es halt sauheiß hier, ne? Ja, da wird es ein bisschen eisig unterm Rock, ne? Ich muss jetzt erstmal gucken, was die sagen. Nicht, dass es denen auf einmal zu kalt ist. Das geht runter. Zeit nach Hause zu gehen. Brauche eine Erfrischung. Es ist einfach heiß hier. Den Hut setze ich nie wieder ab. Jo, es wird Zeit zu gehen. Gehen wir erstmal nach hier. Ja, ihr könnt euch dran gewöhnen, ne? Nein, wir müssen wir sitzen. Lasst mich doch bitte da ran. Danke. Ich bin euch sehr verbunden. Ja, wenn wir nicht unbedingt Strom überall haben, könnten wir mal gucken, ob wir was mit der Reichweite überbrückt kriegen. Äh. Gib mir meine Klimaanlage. Bitte, bitte. Ja, gib, 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 gib. A. Solange wir Strom haben, geht das alles. Müssen wir auch gemeinsam das einfach so lassen, aber ich finde das einfach so viel schöner. Man sieht so ein bisschen aus wie so ein Gulli-Deckel, ne? Warum setze ich die nicht eigentlich? Immer noch einer. Könnte das auch viel einfacher machen. Könnte es ja auch gleich so machen. Das wäre die clevere Variante. Aber wir alle wollen ja die lustige Variante. Wir müssen jetzt halt nur darauf achten, dass wir ja auch überall Strom haben. Der Weg geht nach da. Ich mach das nur für euch. Ich weiß nicht, warum eure Stimmung noch so so semi-toll ist. Das geht. Das geht. Aber wir dürften ja an sich, müsste ja alles relativ bestromt sein hier. Gehen wir erstmal wieder zurück. Gehen wir nach hier oben. Wohlbefinden müsste jetzt an sich hochgehen. Wollte jetzt hochgehen, das Wohlbefinden. Ich weiß nicht, warum die so schlecht gelaunt sind. So heiß kann es nicht mehr sein. Also nicht mehr überall. Wollte jetzt... Lassen wir jetzt... Das sind Kornkreise. So. Sieht nicht aus. Ich hier so lasse. Einfach nicht geil. Ich hier so. Ja, man sieht die Pfade jetzt. Lasst mich. Oh, klimatisierte Klos. Wasserträger wären ja auch nicht schlecht, ne? Das wäre so ein Großteil der Leute hier abholen. Was das jetzt so Sinn macht, weiß ich nicht. Kann ich jetzt so direkt dies sagen. Wollen wir denn mal gucken, wie Trinärforschung ist abgeschlossen. Gut, ähm... Sind sie auch schon, man ist verstorben. Okay, mein Drill ist fertig. Hm... Einfach von oben hin weg. Wo wollen wir denn jetzt mit... Die waren hier hinten. Gehen wir jetzt im Kreis. Gehen wir hier weiter. Okay, Schweini. Oha. Oha. Oh, stimmt ja. Schweinis vermehren sich ja wie... Teufel. Neu, neu, neu. Ja, noch ein Weibchen. Können wir einmal aktualisieren. Nein. Okay. Ich habe aber irgendwie kein freundliches Gesicht hier rein mehr, ne? Mal gleich mal gucken, was denen so ihr Problem ist. Oh, oh, oh. 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 Das sieht Kaka aus. Ich hab lieber dampfende Wege. Ich hab mit irgendwas ein Problem. Weiden die sich geradeaus? Was haben wir denn? Oha. Oha, 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 oha. Einmal alle bitte, danke. Danke. Hier waren wir, hier waren wir. Oha. 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 Wir kommen langsam zum Ende. Hier vorne war ich schon mal. Ich glaube, wir brauchen ja gar nicht auf Strom gucken, weil das doch als Gehege zählt. Da können wir ja einfach frei wählen. Wird automatisch komplett mit Strom versorgt. Hier brauchen wir ja gar nicht gucken. Ja, die Ärzte sind da gerade am Machen und Tun. Ich habe eine Seuche gerade. Jawohl. Zack, 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 zack. Die Wege sind so einigermaßen klimatisiert. Da müssen wir irgendwie an die Freundlichkeit noch ein bisschen arbeiten. Ich muss ein Grinsebackengesicht wieder haben. Hier werden wir nur die Hauptroute anscheinend machen. Arrrr. Ich finde es immer wieder geil. Das sind die Piratentiere. Wer kennt sie nicht? Das Gesicht lächelt wieder. Aha. Okay. Pandemie. Die Ärzte sind unterwegs. Mitarbeiter. Akkord schulen. Ja, das funktioniert. 16 von 16. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ciao. Ciao.